Schönes Wochenende an alle, außer Leute, die sagen, ich bin im Dorf aufgewachsen, aber das Dorf hatte 10.000 Einwohner. Das ist kein Dorf. Leute, die um 6 Uhr morgens ins Gym gehen, wie geht das? Leute, die nie Minecraft gespielt haben, Leute, die zu gut schwimmen können, das ist immer sehr, sehr sass. Leute, die Marie, Pascal oder Ludwig heißen, Leute, die Bier nicht mögen, alle RB Leipzig-Fans und Leute, die sagen, ich kann mir das nicht leisten, aber eigentlich bekommen sie 1.500 Euro im Monat von den Eltern. An alle anderen, schönes Wochenende.